willkommen bei zur vorschau im heutigen video sehen wir uns die besten sous vide garer testern ich habe diese liste basierend auf meiner persönlichen recherche und meinung zusammengestellt und versucht die produkte nach preis qualität langlebigkeit und mehr aufzulisten wenn du den preis sehen und mehr über diese produkte erfahren möchtest kannst du die links in der beschreibung anklicken legen wir jetzt also am besten gleich angefangen auf platz nummer fünf haben wir der steber der steber ist ein hochwertiges präzisions kochgerät mit dem sie ihre speisen perfekt zubereiten können mit einem herausnehmbaren antihaft beschichteten innentopf und einer elektronischen temperaturregelung von 40 99 grad c garantiert dieses gerät jedes mal präzise und gleichbleibende ergebnisse die innenmaße des steber 5 april 0s v 1 precise sous betragen 11 x 20 x 28 und 20,5 cm und sind damit die perfekte größe für die meisten haushalte dieses gerät verfügt außerdem über ein eingebautes sicherheitsabschaltsystem das sich einschaltet wenn der topf vom heizelement entfernt wird das bedeutet dass versehentliche brände praktisch unmöglich sind was den steber fünften april 0s v 1 precise sous zu einem der sichersten präzisions kocher auf dem markt macht wenn sie also einen nummer vier ist der crock pot der elektronische slow cooker von crock pot hat eine dura ceramic antihaft beschichtung die kratzfest und besonders leicht zu reinigen ist der topf ist mit allen herdarten kompatibel einschließlich induktion und seran das extra große fassungsvermögen von sechs litern reicht für sieben bis acht personen perfekt für großfamilien und große gruppen der abnehmbare multifunktion stopf ist gefrier und spülmaschinen geeignet und kann auch zum servieren verwendet werden die sautierfunktion eignet sich hervorragend zum braten und anbraten und gibt ihrem gericht den letzten schliff die garzeiten sind einstellbaren 30 minuten bis 20 stunden so dass sie es einstellen und vergessen können der kochtopf verfügt außerdem über eine warmhaltefunktion platz nummer drei haben wir der handy die handy ist ein hochpräzises thermostat das auf ihre gewünschte temperatur zwischen 35 grad und 90 grad celsius eingestellt werden kann diese 20 liter maschine hat praktische tragegriffe und einen ablass haben so dass es leicht zu transportieren und zu reinigen der mitgelieferte sechsteilige edelstahl abstandshalter ermöglicht es ihnen außerdem mehrere speisen auf einmal zu garen dieses sous vide gerät ist perfekt zum garen von fleisch fisch gemüse und desserts es kommt mit einem detaillierten rezeptbuch das anfänger mittelstufe und fortgeschrittene rezepte enthält die handy 225 148 sous vide maschine ist auch etl zertifiziert diese sous vide maschine ist das perfekte küchen gerät für alle die gerne kochen nummer zwei ist der rassel hops der drei in eins multi kocher von rassel hops ist ein multi kocher mit dem sich mahlzeiten auf verschiedene arten zubereiten lassen er ist mit einem abnehmbaren spülmaschinen festen keramik kochtopf und einem verschließbaren deckel ausgestattet der die reinigung erleichtert der kocher verfügt außerdem über eine einstellbare betriebszeit von bis zu 24 stunden und ein lcd display mit programmauswahl und timer einstellungen das gerät ist mit einem temperatursensor ausgestattet mit dem sie den erhitzungsprozess bei der zubereitung von sous vide gerichten wie fleisch fisch oder gemüse besser kontrollieren können dieser multi kocher ist in schwarz erhältlich und weiße farboptionen zur auswahl der rassel hops drei in eins multi kocher ist eine gute wahl für alle schließlich die nummer eins auf unserer liste der oda stream power sie suchen nach einem praktischen und einfach zu bedienenden wassersprudler dann sind sie bei sodastream power genau richtig mit diesem elektronischen wassersprudler können sie kohlensäure individuell und auf knopfdruck dosieren so sparen sie bis zu 50 prozent an getränke kosten und müssen nie wieder schwere kisten schleppen die unzerbrechlichen pet flaschen sind ideal für die mitnahme zur arbeit in die freizeit oder für ihre kinder sodastream power ist ein elektronischer wassersprudler mit dem sie ihrem wasser auf knopfdruck kohlendioxid hinzufügen können die unzerbrechlichen pet flaschen eignen sich perfekt zum mitnehmen wie immer findest du alle links zu diesen produkten in der beschreibung unten danke für es ansehen und wenn du dieses video nützlich gefunden hast gib ihm doch ein like und teile es und vergiss auch nicht unseren kanal zu abonnieren für mehr coole videos wie dieses